ok geht weiter so gucken auf die uhr gucken und ich weiß wie lange die folgen werden aber wie sieht er die oft hier da bist du du kannst dich mal ich war gerade erst geheilt jungen freund hat zu schießen das ist ein geschützturm ok es ist aber den geschützdings da weg machen ja mal kurz ich bin hier gerade ist dran auch hier sind noch mehr hab ihn halber energie bitte sonst bist du gleich wieder tot so jetzt muss ich jetzt im lager stehen schnell reise bitte warten ich frage was meinen die mit stähl was meinen die mit stähl da ist so ein gelber kasten da musst du was rausnehmen da ist sogar ein zielding drauf das ist ja viel weiter weg so eine gelbe kiste dann hast du noch einen punkt als ich weil ich habe den punkt woanders wieso wo ist denn dein punkt weiter oben das haus mit dem grünen dach was oben drüber ist und sticke weiter darüber ich muss gerade gucken wo ich hinten reisen kann ich muss gerade gucken wo ich bin überhaupt da das sage ich mir weniger jetzt bin ich immer wieder da habe ich ja jetzt glaube ich richtig ja jetzt jetzt was ich auch jetzt hier nicht nur gerade warum man nämlich dass wir zwei verschiedene punkte haben was steht denn bei dir rechts oben steht etwas aus dem supermutanten lager ja okay es dauert halt bis ich bei mir bis ich da bin und 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 du bist wahrscheinlich schon am rückweg ne ja ich habe mich schon woanders hingegeben tag ganz einfach daher kommen Das meine ich nicht, sonst hätte ich gesagt, komm zu mir und hilf mir mal, was ich hier mache, wie viele Gegner ich hier habe. Okay. Ich müsste da hin. Ich bin auf dem Weg, ich bin mich gerade zurück zu dir. Ich glaube, ich muss hier irgendwo, ich komme wahrscheinlich auf dem Berg da oben oder was. Ich muss euch jetzt mal hier orientieren, hier mal, wie du es klarkommst. Ich befürchte, dass ich hier hoch auf den Berg müsste. Weil eigentlich ist das Lager quasi ein Stück weiter geradeaus. Aber ich habe gedacht, ob es hier eine Abkürzung gibt oder so. Bist du dir sicher, dass es da das Richtige ist? Ja. Was steht denn da an der Karte, wenn du da auf den Punkt gehst? Was steht denn da? Steht etwas aus dem Supermutantenlager. So wie das oben auch rechts steht. Oh. So wie das geschleft ist? musst du eigentlich montag arbeiten und sonst hat man so im montag noch mal eine runde gemacht für leute nicht so lange ich merke aber dazu auch schon ziemlich angeschlagen ist nämlich müde bist doch lieber am tag ein bisschen länger ich will jetzt die quest doch zu ende machen oder die nummer immer und dann kann man den montag noch mal ansetzen ja okay ich habe spätschicht das heißt wir auch nicht schlimm ich muss gerade was gucken gerade wo es bisher rechts von uns die richtung sein die karte deute das sieht schon so aus das lager glaube ich ja diese schiede dinge da ist nämlich auch der punkt deutsche meine da stehen noch welche ich weiß ich weiß ich schon alter man will mich doch wohl verarschen meine güte ja die offensicht was geht ihr euch kaputt super das war genau das so gut dass wir zwei weggeschossen ist weil die hatte ich mich am kragen du hast gesagt ich soll helfen kommen er war schon richtig so so habe ich die raketenwerfer jetzt geklaut von denen aber auch wie verzweifelt ich wäre, wenn es keine Nahrung mehr gäbe. So wie bei den Gourmets. Wir nannten sie so, obwohl sie in Wirklichkeit nur eins waren. Kann ich behalten. Ich werde sie niemandem verspeisen lassen, aber gehen wir das trotzdem durch. Ich habe eine Gruppe umherziehender Bilderkohle gesehen, die sie zur Strecke bringen sollen. Für Zielübungen sind die immer gut. Ich sage nicht, dass das von den Gourmets richtig war. Aber jemand muss aber verspeisen von... ...Menschenfleisch oder Ex-Menschenfleisch-Hunger leiden. Ich kann es mal kurz... ...Zeug mal nehmen. Aua! Ich weiß auch, warum hast du gerade schon wieder veranstaltet da draußen? Ich muss dich nur gerade ein bisschen erleichtern. Ihhh, ist der ekelhaft. Das war so nicht gemeint. Ich weiß nicht. Vielen Dank. So, jetzt habe ich wieder Material. So, okay, weiter. Töter in wilden Ghul. Jut, dann warte. Ja? Du kannst ja wieder in der Reise. Das war so der Weg. So, schnelle Reise. Hm?